Musik Ja, wir fahren jetzt hier zwei Binder, Länge von 35,50 Meter, Gesamtlänge, von 36 Tonnen, nur Ladungsgewicht. Und das Besondere ist halt an diesen Fahrzeugen jetzt, dass wir mit diesen Binderfahrzeugen auch mit diesen Längen gut um die Kurven kommen, weil es manchmal Engpässe geben wird, so in Kreisverkehren. Dafür sind diese Autos eigentlich ausgelegt. Musik 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 Musik